Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Dimitrios Gramozis hatte als Cheftrainer bei uns im FC Schalke 04 die Aufgabe, den Wiederaufstieg zu schaffen. Vertraglich ist er 43 Jahre noch bis Saisonende an Königsbau gebunden, wobei unsere Vereins-Ikone und die anderen Trainer Hübz-Stevens eine langfristige Zukunft glaubt. Denn Hübz-Stevens, der einst von Cheftrainer war und auch Aufsichtsrat-Mitglied, sprach am Sonntag bei BILD über die Position von Dimitrios Gramozis, der ja auch aktuell bei einigen Fans, vor allem auch in der Kritik steht. Ich glaube, dass er im Saisonende noch Schalke-Trainer ist, bedurte Seben und stellte aus seiner Sicht klar, er macht gute Arbeit. Die Spieler müssen jetzt zeigen, warum sie geholt wurden. Ob die Schalke mit Kamozis verlängern, ist wohl abhängig davon, ob er zum Ende der Saison den Aufstieg schafft. Und auch was Ziel anbelangt, gab sich Seben zuversichtlich, dass der FC Schalke 04 dies erreichen wird. Ich glaube, dass Schalke mit diesem Kater die Chance hat aufzusteigen. Wir werden zweit und gehen hoch, prophezeit der 67-Jährige. Eine neue Rückkehr auf die Trainerbank schloss der Niederländer in das aus. Irgendwann ist auch mal Schluss. Es ist gut gewesen. Die Zeit, die ich hier hatte, habe ich mit voller Freude erleben dürfen. So also unsere Legende Hüb Stabens. Ich finde, was er sagt, kann man auch befolgen. Ich hoffe auch wirklich, dass er so eintritt. Man kann über Gramozis sagen, was man will. Aber wenn wir am Ende Erfolg haben, sprich der Aufstieg dabei rausspringt, dann sind wir doch alle zufrieden. Und dann ist mir auch egal, ob das jetzt mit Tiki-Taka-Fußball entstanden ist oder nur mit reinem Kämpfen. Und deswegen gehe ich da durchaus mit Hüb Stabens. Ich glaube auch weiterhin dran. Man sieht ja aktuell auch an der Tabelle, wie unglaublich eng die zweite Fußball-Bundesliga dieses Jahr ist. Gefühlt noch mal enger als in den Jahren zuvor. Und deswegen bleibt es spannend. Es bleibt interessant. Aktuell Kritik an Gramozis ist zwar da, aber nicht so laut wie nach dem Darmstadt-Spiel. Weil ich glaube auch alle gesehen haben, dass wir ganz nah dran waren, in Bremen zu gewinnen. Und deswegen auch hier nochmal die Aussagen von Hüb Stabens. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.